Rat, liebe Wien, Zeit, jetzt Bilanz zu ziehen über das Jahr 2022. Über 50 Projekte sind es geworden, mehr als 17 Kilometer. Wir haben das Investitionsvolumen verfünffacht auf 25 Millionen Euro. Ich bin wirklich stolz, dass wir das da durchgepusht haben. Und ich möchte euch jetzt ein paar meiner Lieblingsprojekte zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020